ist neu ja so neu ist hier auch nicht mehr recht und dort und dies gefühlt schon wieder 100 alt echt jetzt ich habe überlegt ob ich so ein Video mache was ein Boomer warum ziehen wir äh 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 der hat er äh äh ich weiß nicht wer ist ich auch nicht aber ich glaube im Pfeiter ist gut und der andere achte es in die hier nein ach du bist einen floschen guten Tag wünsche euch und jetzt willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft auf TTT auf dem meintritt.net server mit dabei habe ich irgendeinen typen auf der straße gefunden hallo hallo eine Spende eine Spende eine Spende ach wie scheiße hättest du das ja oh man ja TTT ach ich habe keinen Pass eingelöst mann nur ich Savage ist Savage Savage okay ich kann nicht tabben geil ach du Scheiße oh Gott oh er ist tot werde ich schon abgeschossen ich habe nur ein Holzschwert was soll denn das tja zur Seite hättest du hättest du Namen komm wir tun Christian Zollmecke informieren guck mal wie er runterschießt das ist doch nein vor allem wir also so dumm kann man doch nicht sein anstatt dass er runterspringt stellt er sich so schön an den Rand oh Gott das war echt ein bisschen low wie professionell wir sind sie sieht man daran dass wir nicht mehr in einer Party sind ja ja das stimmt so ach richtig geschrieben geil so heut was geschafft das stimmt oh viele sagen immer Taucher oder Tauchhalsen ich habe mir vorhin auch schon überlegt ob ich die einfach mit Taucher anspreche Taucher ja das machen viele äh Tau ähm Tau Charlson tatsächlich wie komplett hey das klingt irgendwie wie ein Dialekt echt okay wie kommt man da hoch ja einfach einfach Tau dann passt das schon auftauch naaa Amokläufer 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 sag mal her wo bist du tot du bist du ich bin auch tot cool sehr nice wollen wir mal ein join me machen join me Moment ja ah hm ich hab ein hey wie ich hab auch direkt einen hinterher gemacht ist ja schön wir haben zusammen join me gemacht damit haben wir gleich doppelt so viele Leute auf den Sack gegangen genau bei dir kommen sowieso mehr rein weil du Gold Plus hast also manchmal mal ein da kommt niemand rein aber das wenn ich zum Beispiel am morgen aufnehmen oh ja verlichen passen ne 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 oh ich will ne Map auswählen gewinn man kein mal meinen ne 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 Easter ja denn dein mexican die auftbread die finde ich geil. Das ist ja die mit dem anderen Leuchtturm. Ja. Die ist neu. Die ist cool. Ja, so neu ist sie auch nicht mehr. Echt? Oh Gott, dann bin ich alt. Die ist gefühlt schon wieder hundealt. Echt jetzt? Ich habe überlegt, ob ich so ein Video mache, wo ich die Map... Ach Gott, das will... Okay. Was ein Boomer. Die ist schon gefühlt Monate hier. Ach du Scheiße. Okay. Dann mache ich darüber Kai-Video. So erkennt man professionelle, aktive TTT-Spieler. Ey, ich zocke es jeden Tag fast. Und trotzdem keine Ahnung vom Game. Ja. Schlimm, was aus der heutigen Jugend geworden ist. Hallo. Ey, du bist ja runtergesprungen. Ja. Aha, Regeln. Wo bist du? Abstand. Ne, Alltagsmaske. Ne, ich habe keine Ahnung. Ja. So, ich komme mal zu dir. Aua. Für drei Euro sehr gerne. Ich gebe dir, ich gebe dir einen Cent. Okay, warte. Einen Cent? Cool. Oh, die sind alle im Tester. Eigentlich heiße ich Vincent. Kannst aber auch nur Vin sagen, dann sparst du dir jedes Mal einen Cent. Oh Gott, das schneiden wir raus. Das sind die geklauten Insta-Memes. Zu blöd, das ist mein Virus und dass ich es drinnen lassen kann. So, erst mal hier sitzen. Warum zieht der? Ey, der da, der da. Renn, renn. Hä, wer, äh, ich weiß, Moment, ich weiß nicht, wer ist. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ah, ich glaube, M-Fighter ist gut und der andere, äh... Hä? Ach, der ist in die... Hier. Nein! Ach, du bist! Ich dachte gerade, ich habe gerade geguckt, ob du tot bist. Oh Mann. Boah, ich habe so viele Detective-Pässe. Ich habe 65 von allen. Was? Wie viel Karma hast du denn? 31,4000. Alter, okay. Ich habe 6000. Äh, ja. Insgesamt gespielte Spiele 1.726. Boah, 1.000. Ja, und das ist nicht Skywars und davon habe ich, glaube ich, glaube ich, irgendwas mit 5000 oder so oder wenn nicht sogar mehr. Oh, wow. Okay, das ist... Da bin ich all time, glaube ich, Platz 29 oder so. Echt, ja? Oder 27. Ja, ich glaube, zwei oder drei Monate habe ich mal auf monatliche Stats gespielt, weil ich auch mal auf dieser Wand sein wollte. Ja. Und jeden Monat und, äh, hier wieder, äh, ja, beim ersten mal resetten und dann gibt es irgendwelche Leute, die auf die Wand wollen, weil dann grottenschlecht sind, wo man sich denkt, wie kommen die da drauf, aber ist eh nur monatlich. Sie juckt eh keine Sau. Ja, das stimmt. Monatlich, ja. Savage ist schon wieder. Savage ist? Ja. Oh, du bist tot. Das war die Glocke von der Kirche. Leute, also, wir würden niemals ausklippen. Die ist ja laut auf dem Dorf, weil hier sind weniger Leute und da gibt es weniger Anzeigen deswegen. Ah, nein. Doch, wirklich. Also, ich freue mich. Also, ich freue mich. Ja. Ja. Der Lava Place, der ist meistens, der, oh, wo bist du denn? Meistens Traitor. Hier, guck mal, hier hat Harry Potter gewohnt. Eine Frechheit. Oh, ja, das stimmt. Ja, ist nicht so ganz geräumig, aber dafür gibt es hier einen Totenkopf. Bleib drin. Okay. Tür zu und zack. Ich glaube, die Tür muss mal geölt werden. Die geht nicht mehr so ganz. Das quietscht ziemlich. Ja, egal. Oh, kann mich, wenn ich mich hier hinsetze, kann ich durch die Wand sehen. Echt? Ja. Entschuldigen Sie, das gibt nach... Ey, da ist Johann Berlin. Johann Berlin. Hallo, Johann Berlin. Ja, das sind Zuschauer von mir. Echt? Ja. Kennst du Christian 3030? Ja. Der schreibt mir immer, hey. Na, cool. Und dann überlege ich mir, ob ich zurückantworte oder nicht. Gestern habe ich ihn, da ist er online gekommen, da habe ich ihm geschrieben, sechs Sätzen, da hat er mir ein Fragezeichen geschrieben, dann habe ich ihn noch irgendein Mist hinterher geschrieben, dann hat er immer noch Fragezeichen geschrieben, dann hatte ich keinen Bock mehr und bin offline gegangen. Richtiger Assi. Ja, es gibt schon wieder diesen Teil, so dass... Ähm, Achtung, Einschutzgefahr. Dann mache ich die Tür mal lieber zu. Also, ich bin innocent. Oh. Also, ich bin nicht Detective. Guck mal, was ich für ein Schätzchen gefunden habe. Oh, schön. Hat mir so ein obdachloser Penner da hinten geschenkt. Ah, du meinst mich? Nicht mich. Äh, nee. Du hast mich doch auch von der Strahle... Ja, aber ich meine einen anderen. Ich mache jetzt Stress. Komm her, Boxkampf, Alter. Ah. Ey, nein. Ich wusste es. Ich wusste es. Boah. Nein! War es der letzte? Fuck, man. GG, Alter. Hätte ich mal meinen Bogen rausgeholt und Kack-Bosswammer gespielt, wie ein richtiger Badwoss-Abfucker. Ah. Ha, was ein Loser. Der hat nur Gold und wollte starten. Ah, nee. Das ist ein Nick, oder? Nee, der hat einen Clan dahinten. Ah, ich habe auch einen Clan, wenn ich mich nicke. Hä? Ja, ja, doch, doch. Habe ich noch nie gesehen. Echt? Nee. Also, vielleicht sieht man das nur selber. Naja. Okay. Mir kann man immer glauben. Also, falls ihr mich mal in der Runde seht, einfach mir das Eisenschwert geben. Das wäre cool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bist du? Oh, hat der mich gerade erschrocken. Schleicht er sich einfach so an, aber tut mir nix. Herzinfarkt. Hey, nein, nein, nein. Chan ist da, oder wieder heiß. Ja. Sag mal. Wo ist denn der? Hä? Da war doch gerade noch jemand im Leuchtturm. Er setzt sich wieder hin. Er setzt sich wieder hin. Warum denn? Ich wollte mich eigentlich auf die Schiene setzen, aber da ist so unbequem. Oh ja, das stimmt. Ich muss mir auch mal Infiniti setzen. Sag mal. Was? Wo kommt denn jetzt der andere her? Jawoll. Nein. Ja. Nein. Der ist Traitor geworden auf dem Turm, hat mich geschlagen, deswegen habe ich mich so erschrocken. Dann habe ich den auch angefangen zu schlagen, bis wir gecheckt haben, dass wir beide Traitor sind. Komm, finde mal die mit Mario. Dann muss ich mir irgendeine Ausrede schreiben. Und da sind wir in der nächsten Runde. Hier we- Oh, 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 nice. Habe ich hier noch das Stones-Word gesaved, Alter. Davon gehen aber 50% Steuern ab. Ja, aber natürlich. Was ist denn für ein Skin, Alter? Ja, ich weiß auch nicht, was du für ein Skin hast. Aber Kayn hier ist wieder schon ein Scheifs-Hacker, ne? Tut das Sneak nur und gleichzeitig renn. Ich wusste es. Du bist Traitor. Ja, ich gebe es zu. Ich bin ein schlechter Mensch. Ah! Oh, Savage ist Traitor. Warum? Ich habe ihn getötet mit meinen Gedanken. Ja, ja. Komm, wollen wir die nächste Runde? Mein Hass ist wie der Rundfunk. Der geht einfach durch alle Wände. Leucht bei dir! Bleib stehen! Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Hast du mein Cave schon gesehen? Äh, ja. Mein Sucht. Und deine drogenblauen Augen auch. Ja, aber ich esse so viele, ähm... Schlumpf-Haribo-Gummibärchen. Wie nennt man die Scheiße nochmal? Himbeeren? Nein. Heidelbeeren, Alter. Himbeeren? Ich habe kurz überlegt, welche, welche Frucht, äh, denn blau ist. Oh. Ich hole mir jetzt das Eisenschwert. Äh, LEDs, äh, sind blau. Ja. Zumindest meine. Ich habe das Eisenschwert, Leute. Ja, und der andere Detective auch. Oh cool, der gibt mir sogar ein paar, äh, Pfeiler ab. Das finde ich schön. Wie dumm ist der? Hier, wie heißt denn der? Äh, äh, äh... Mö? Mö heißt der. Mugen Orkane. Der ist... Schicker Skin hat der. Oh, äh. Ich will nichts mit deinem Drogenjunkie zu tun haben. Oh nein, Savage ist da. Ach, hier, Flower ist Traitor. Es war so klar, dass Savage ist, Alter. Oh. Ja, ja. Bin gestorben. Ist mir egal, ich habe ihn endlich mal gekillt. Hier. Nimm das. Ja, ein bisschen. So. Moment. So, ein bisschen noch kurz verbeugen vor ihm. Ein bisschen rhythmische Sportgymnastik. Heute meine ich mein Tonbeutel vergessen. Gigi, M-Fighter, glaubst du, der ist 2008 geboren? Hm. Hey, aber da steht auch 2018. Ist ja, das ist das Baujahr geboren. Ach so, Baujahr, hm. Weiß ich nicht, was ist denn ein M-Fighter? Die Marke kenne ich gar nicht. Muss ziemlich scheiße sein. Ja, das stimmt. Ich würde mir das nicht kaufen. Ich sage ihm das jetzt auch direkt. Ach, ich auch nicht. Ist bestimmt so auf Wish oder AliExpress. So, ich sage ihm jetzt direkt, dass ich es mir nicht kaufen würde, damit das weiß. Weil sowas hole ich mir einfach nicht. Ja. So, Leute, ich bin Traitor. Okay, schön. Das war ein Traitor. Oh! Bist du tot? Nee, ich habe nur geschrieben, weil ich daran Spaß empfinde. Du bist tot. Nice. Also bist du Traitor. Oh mein Gott. Ja. Also nach Selbstverteidigung sah das nicht aus. Oh. Ich bin Traitor getroffen. Tja, aber ihr seid wie Mobber. Richtige Assis immer nur zu zweit, weil ihr allein nichts könnt. Ihr habt gerade eine Detective umgebracht und niemand hat es gesehen. Auf hier. Ja, wenn ihr jetzt Sterben verdient. Wie der einfach nur so dumm guckt. Der holt ja nicht mal sein Schwert raus. Flower, wo bist du? Oh, Flower lebt noch. Hm, ich setze lieber auf euch. Gigi. Gut. Ja, dann würde ich sagen, was von meiner Seite. Den zweiten Teil könnt ihr beim Taucherz... Äh, Taucherzonson. Taue, taue, taue. Beim Tiefseetauchen finden. Braucht ihr nur ein O-Boot oder ein Schnörchel? Ja. Und dann würde ich sagen, sind wir uns bei einem neuen Video. Link unten in der Beschreibung. Haut rein und ciao. Leute. Tschüssi. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.